Hallo meine Lieben, Eure Lina hier. Ich bin gerade eben auf dem Turnier und zwar auf dem Parkplatz gerade eben angekommen. Ich bin heute in Esfangar und zwar auf dem Drissou Tour. Das ist ein internationales Drissou-Turnier von der Balearen-Tour. Ja, und ich drehe ein kleines Follow-me-Around. Ich gucke mir einfach mal an, was hier so los ist. Und soll wohl echt toll sein. Ich bin schon echt mega geflasht überhaupt von dieser Finca, wo wir hier drauf gefahren sind. Wow! Und ja, ich gehe jetzt einfach mal rüber. Schauen wir mal, was da los ist. Ja, von Parkplatz bis da, wo es eigentlich stattfindet, ist ein ganz schön weiter Weg. Ich bin aber mega gespannt. Es ist für mich seit sehr, sehr vielen Jahren überhaupt das erste Reit-Turnier, wo ich bin. Ich bin seit sehr vielen Jahren nicht mehr auf dem Turnier gewesen. Und da spreche ich mich mal gespannt. Ich bin hier noch immer noch 10 Sekunden. Ich bin sehr Johann und ich bin ready, bis da die Küsse, mit der Küsse, bei der Küsse, bei der Küsse und dann in der Küsse. Und da kann man auch noch zu viel über die Küsse getrennen. Und da kann man auch zu viel über die Küsse, mit der Küsse und dann auch zu viel über die Küsse und dann auch zu viel über die Beküren. So, das Schauprogramm ist vorbei. Jetzt gleich geht es wieder an die Dressurprüfung. Als nächstes kommt ein Grand Prix. Ich bin mal gespannt, wer startet. Ich habe mir die Starterlisten nicht angeguckt. Ich lasse mich einfach mal so ein bisschen überraschen. Schau mal an. Wie man bisher gesehen hat, war echt geil. Die Armada ist echt mega riesig. Ich habe mir jetzt erstmal was zu essen besorgt. Wird es jetzt essen, gleich geht es irgendwann los. Ich glaube, es soll jetzt noch in so 510 Minuten. Und dann geht die Grand Prix Prüfung los. Es gibt gebratene Lügel mit Gemüse. Jetzt ist gerade Pause. So 15 Minuten ungefähr. Ich wollte aber eh mal aufstehen und ein bisschen umschauen. Und gehe jetzt mal zur Ruhe. Abreiteplatz. Wahnsinn. Was ist das für eine Reithalle? Leute, ich bin mega neidisch. Es hat gerade angefangen zu regnen, so ein bisschen. Aber jetzt wird es gerade wieder besser. Es fängt immer mal wieder an. Ich gehe jetzt einfach mal so über diese Einkaufsweide. Ne? In Anführungsstrichen. Gehe ich einfach mal gucken. Muss aber sagen, ich finde die Anlage mega hammer. Das ist wirklich Wahnsinn. Alle in die Führanlage. Ich glaube, jetzt ist hier an der Führanlage vorbei. Die ist mega riesig. Mit longierem Zirkel noch innen drin. Und ja. Wow. Ich liebe Cupcakes. Es gibt hier so einen Wagen. Da gibt es ganz viel Kuchen und alles und alle möglichen Cupcakes. Ich habe mir jetzt einen Red Velvet geholt. Und den genieße ich jetzt erstmal. Und dann geht es weiter. Ja, ich mache mich jetzt wieder auf dem Weg heim. Weil langsam wird es echt spät. Und langsam auch dunkel. Und vor allem, es sieht so ein bisschen nach Gewitter aus. Hinter mir, ich habe es gerade eben entdeckt. Deswegen bin ich kurz hier stehen. Haben die so eine mit Sand angelegte Rennbahn. Zum Training und allem. Voll geil. Ja. Wie gesagt, ich bin eh mega gefälscht von dieser Anlage. Also ich finde es hier echt mega schön. Obwohl man nicht überall hin konnte. Also es war natürlich größtenteils abgesperrt. Aber das, was man so sehen konnte, war halt schon echt krass. Und ja. Die Pferde, was man so gesehen hat, waren auch echt einige schöne Pferde dabei. Mein Favorit, den ich mir so ausgesucht hatte, der ist jetzt auf dem zweiten Platz gelandet. Es war aber gerade mega voll bei Siegerehrung und allem drum. Deswegen habe ich das jetzt nicht gefilmt. Weil es einfach nicht ging, weil kein Platz da war. Ja, das war also das Follow-me-around heute vom Turnier. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Eindruck bekommen. Ich fand es echt mal ganz spannend. Und dann ist natürlich was ganz anderes. Gerade auch das Turnier. Ich als Springreiter muss zugeben. Ich finde Springturniere immer noch spannender. Aber trotzdem war es schön, das echt mal wieder zu sehen. Vor allem nach so langer Zeit mal wieder so ein bisschen Turnierluft zu schnuppern. Und ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ist ja jetzt aber schon ein bisschen dabei. Und ja. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.